Besonders spannend am Wandel ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der sich tatsächlich unglaublich viele Dinge ändern, aber gleichzeitig, man kann fast sagen, wir immer die gleichen Fehler machen, das heißt vieles ganz ähnlich bleibt. Und diese Spannung, die ist für mich besonders interessant und diese Spannung ist nicht einfach durch bessere Begriffe oder ein gutes Argument aufzulösen, sondern das ist genau das, worum es heute geht, nämlich Praktiken zu finden, in denen wir mit beiden umgehen können, mit der Gefahr, dass die Dinge sich nicht ändern und der Notwendigkeit, dass sie das in eine bestimmte Richtung tun und das mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammenzumachen, die aus anderen Fächern kommen, aber ähnliche Fragen stellen, naja, was Schöneres kann man sich als Wissenschaftler eigentlich gar nicht vorstellen.